VarioMax von Mepha ist das leichte und flexible Unterstützungssystem für die Erstellung von Filigran- und Ortbetondecken. Das System eignet sich dank seiner Flexibilität für sämtliche Projekte im Wohn- und Wirtschaftsbau. VarioMax reduziert den Arbeits- und Zeitaufwand auf der Baustelle deutlich. Systembedingt benötigt VarioMax bis zu 50% weniger Stützen und überzeugt durch bis zu 40% geringere Lohnkosten. Die Investition in VarioMax rechnet sich bereits nach wenigen Einsätzen im Vergleich zur konventionellen Flex-Methode. VarioMax besteht aus nur drei Komponenten. Teleskopierbare Doppelträger, Einschubträger und Stützen. Der Einschubträger passt sich rasterlos an die gewünschte Länge jeden Grundrisses an. Integrierte Aufnahmedorne in den Trägern geben Positionen und Anzahl der tatsächlich benötigten Stützen vor. Die Doppel- und Einschubträger bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Sie sind leicht, leistungsstark, langlebig und einfach zu reinigen. Je nach Trägerkombination sind Deckenstärken bis 42 cm möglich. Zusätzliche Trägergabeln sind nicht erforderlich. Die Anwendung dieses wirtschaftlichen wie nachhaltigen Systems erfolgt mit weniger Material, weniger Laufwegen und weniger Ermüdung. Der Aufbau von VarioMax erfolgt schnell und unkompliziert. Dreibeine mit Stützen aufstellen. Die Aufnahmedorne der Doppelträger von oben in die Stützenöffnungen stecken. Einschubträger einlegen. Fertig. Der Montagestab dient als Hilfe beim Auf- und Abbau. Die Stoppschraube der Einschubträger markiert die maximale Stützweite und sichert diese gegen versehentliches Herausziehen. Das Nivellieren auf die exakte Höhe erfolgt mittels Laser- oder Richtlatte. Die Klemmschiene aus Aluminium verbindet zuverlässig, schnell und flexibel die Jochreihen. Einfach und mit geringem Aufwand ist dies auch mit dem Klemmstück und einer Dachlatte möglich. Das Unterstützungssystem lässt sich mit Hilfe der VarioMax Trägerklammer H20 auch als Jochträger für die Flexdeckenschalung nutzen. Diese wird dabei einfach an einen Doppelträger und einen H20-Träger angesetzt und mittels Hammerschlag fixiert. Beim kombinierten Bau mit Ortbeton und Filigrandecken sind keine Systemwechsel notwendig. VarioMax genügt. VarioMax ist kompatibel mit den Mähfahrstützen Eumax und Eumax Pro sowie den Tragerüstsystemen MT60 und MEP. Das vereinfacht die Planung und Logistik. Mit dem Einsatz von VarioMax ergibt sich viel Platz unter der Decke. Denn Angststützen gehören der Vergangenheit an. Der Aufbau mit einem 142 Quadratmeter Grundriss unterstreicht das Sparpotenzial von VarioMax gegenüber der konventionellen Unterstützung. VarioMax benötigt 38 Prozent weniger Stützen und insgesamt 56 Prozent weniger Einzelteile. Der gemessene Zeitaufwand für den Aufbau ist um ein Drittel niedriger als bei der konventionellen Flexmethode. Auch beim Gewicht punktet VarioMax, denn alle Komponenten sind insgesamt um circa 12 Prozent leichter. VarioMax von Mähfahr ist die wirtschaftliche Unterstützungslösung für Filigran- und Ortbetondecken im Wohnen, Gewerbe- und Industriebau. Die Anschaffungskosten machen sich nach nur wenigen Baustelleneinsätzen durch geringere Lohnkosten und lange Lebensdauer aller Komponenten bezahlt. Mähfahr. Schalung. Einfach. Clever.